So Leute, wir sind jetzt im McDonalds. Und ja, ich werde jetzt hier mit Grimm wachen. Und das ist Grimmens. Der wird das Ganze prüfen. Und ich wünsche mir Glück. Bis dann. Das war ein Maxlipf. Jo Leute, ich habe ihn gemacht, das war so krass. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich das auch mal vom Burger King oder so machen soll. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!